my lab geht in die politik das habe ich mir zumindest sagen lassen sie will olaf scholz vom thron drängen gut so wir schauen mal rein was es wird was gerne ab und like damit mich sehr freuen und schaut auf twitter bei zweiter link in der beschreibung die ganzen leute hier oben die lieben diesen stream die sind so unfassbar froh hier zu sein die haben den ganzen tag sich gedacht oh mein gott endlich wieder und das könnt ihr auch haben einfach auf den zweiten link klicken und follow da lassen boah ja interessantes video marcus also dafür dass ich also ich kannte sie gar nicht aber ist ja ein großer kanal und ich mache mir sorgen um die ich bin gespannt was was da passieren wird also in welche partei sie eintritt und so wenn da nochmals rauskommt werde ich auf jeden fall noch mal ein video dazu machen also das genau da und ob sie da wirklich was erreichen kann weil als person die natürlich schon mal ein bisschen reichweite mitbringt hat man es natürlich einfacher aber genauso ist es natürlich trotzdem immer schwer in der politik wirklich was zu erreichen also du kannst ja nicht als als niemand einfach direkt rein starten und dann die ganzen sachen skippen und direkt den bundestag kommen oder so also ich meine muss ich halt trotzdem irgendwie erstmal hocharbeiten und auf den auf den listen nach oben kommen und so weiß jemand wo sie wo sie lebt also was ihr wahlkreis wäre oder so oder in welchem weiß da irgendwer was sie nicht kennen ist eine bildungslöcke sie ist kein niemand ja sie ist kein niemand aber sie ist politisch ein niemand also nur weil du ein paar will du eine million abos auf youtube hast heißt nicht dass du direkt in der politik auf auf listen platz eins kommst von irgendeinem auf irgendeinem landtag oder oder noch mehr wisst ihr das ist das problem also wirklich jetzt von diesem youtube fame auf in die politik zu kommen und da hat irgendwie rang zu bekommen ist gar nicht mal so einfach von daher bin ich gespannt wie sie das anstellen will ja ich bin gespannt lasst gern ein abo ein leichter mich freuen folgen auf twitch und bis zum nächsten mal